Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, die Drohnen sind immer so laut. Please don't be so laut. Also, warte mal. Von Bauxite hierzu. Von Quarz zu Aluplatz. Von Aluplatz hierhin. Von Schwefelplatz hierhin. Vom Quarzplatz zum Aluplatz. Okay, aber ich glaube, da fehlten dann jetzt noch die Batterien. Ach, Kea, jetzt halt doch mal die Fresse. Da muss irgendwo da in dem Berg oder so, muss so ein Artefakt sein. Geh mir nur noch auf den Sack. Okay, ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen verwirrt. Von dem ganzen Kram, den ich hier beim letzten Mal aufgestellt hab. Und ich laufe jetzt erstmal zu dem, zu dem Quarz hin. Weil ich mal wissen will, ob sich da jetzt noch total viel Aluzeug gesammelt hat. Oder ob der Quarz jetzt endlich mal vorbei ist. Und was hab ich da oben eigentlich als Ziel gesetzt? Das ist wahrscheinlich der Schutzanzug, wa? Ah, ich glaub schon. Also so ein bisschen... Bisschen Alu-Gehäuse brauch ich halt schon. Ich wundere mich nur gerade, dass ich keins dabei hab. Da hab ich wahrscheinlich schon zu den Batterien geworfen. Also hier zur Batterie-Produktions-Firma. Na, natürlich geht mein Jetpack allmählich leer. Mal wieder. Mal wieder. Es wär nämlich voll gut, wenn die Drohnen einfach tun, was sie tun sollen. Ah. Und das alles von alleine läuft und ich mir da keinen Kopf mehr drum machen muss. Dann ist alles am besten. 1 80 80 85 81 80 80 80 80 Ich muss halt auch ganz offen sagen, der Jetpack ist echt eine super Möglichkeit, um schnell von irgendwo zu irgendwo anders nach oben zu kommen. Natürlich, ja, na klar. Ah, das ist aber noch ein bisschen. Ja, das ist aber auch ein bisschen. Ihr Kontrakt legt dich, dieses Artefakt zu erzielen. Und... Achso, hier war ja auch ein... Aha, er bringt Batterien her. Okay. Ich habe übrigens rausgefunden, wo die Schwachstelle ist. Im Schnitt habe ich das gesehen. Das war doch hier so langsam, den einen Tag. Ja, ich sollte vielleicht das kleine Förderband da auch ersetzen. Aber das war nämlich der Flaschenhals. So, was ist da drin? Okay. Also, ausgehend... Okay, also der bringt die Rahm immer noch hier hin. Ich verstehe. Das ist auch vollkommen logisch, weil der Bahnhof, der Drohnenplatz, zu dem er fliegt, ist ja der, der die Alurahmen ausgibt. Das heißt, jetzt landen da zwar die Batterien. Aber das war's. Wie löse ich das Problem am besten? Vermutlich mit noch einem Drohnenlandeplatz. Ähm... Aber auf dem Drohnenlandeplatz fehlen dann auch Batterien. Oh, ist das ein Abfuck. Vom Batterieplatz hierher. Dann dürfte ich nur Batterien bekommen. Aha. Welche Drohne ist das? Und wo bin ich? Das ist die Drohne vom Batterieplatz, wie mir scheint. Und das ist die Drohne vom Quarzplatz. Und das ist die Drohne vom Quarz. Ja. Um. Um. Um.